Eine neue Schwimmhalle für Bern. Über 50 Jahre lang hat man gesucht, überall in der ganzen Stadt, damit man am Schluss wieder an Ausgangspunkte zurückgekommen ist. Hier im Neufeld, integriert in das Sportzentrum, entsteht die neue Schwimmhalle. Über 85 Prozent der Bernerinnen und Berner haben zu diesem Projekt Ja gesagt. An der Abstimmung am 17. November 2019. Ich bin sehr glücklich, dass jetzt im Juni 2020 schon mit dem Bau Ja kann. kann ich heute mit euch nicht individuen. Um 20 June zu WIN bei Frau Simpson ist